Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Ori and the Blind Forest Ja, wir hängen hier jetzt gerade ein bisschen fest Die Situation sieht nämlich so aus Ich habe keine Ahnung, wo es uns hinführt und wo nicht Aber anscheinend Ah, ich weiß, wo wir sind Ach lol, wir sind hier einmal sozusagen Unten Da war der Tür Ja, drücke um das Kartenfragment reinzumachen Haben wir leider keins gerade Ach, das wollte ich nicht So, Spiel gespeichert Ja gut, nach unten müssen wir jetzt nicht mehr Das ist sozusagen nur der Weg, so wie ich das verstanden habe Das heißt Müssen wir nach oben Oder könnten wir von da oben Nach unten Das war jetzt dumm Okay, wir können diese Steine nutzen Aber auch irgendwie nicht so wirklich Habe ich das Gefühl Können wir uns da oben auf dem Ach-Ast Äh, chillen? Lol Habe ich das jetzt ernsthaft schon so mit Autsch genommen? Lol Du hast ein Kartensteinwagment gefunden So, jetzt zeig mir mal hier die Kacke That's a long way Aha Hallo Ich wollte mir das weiter anschauen Na gut Hier gibt's ja irgendwie nichts mehr schon Das sieht irgendwie ganz komisch aus, dieses Ding Aber wie komme ich denn hier lang? Das verstehe ich noch nicht so ganz Also nach oben kommen wir irgendwie nicht Und nach da irgendwie auch nicht Oder? Das ist jetzt erstmal unwichtig Diese vier Punkte spare ich mir lieber Weil hier gibt's anscheinend nichts spannenderes mehr Oder nichts spannendes Müssten wir noch mal schauen So, erstmal Wieder speichern Das war dumm Das war auch dumm Das war dumm Faucht es mich gerade an? Hm Wieso war das so klar Dass das funktioniert? So So Die Spastiken hier Ist das euer Ernst? Ja gut So Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen full live kriegen Ja Aber wie komme ich denn jetzt nach da hoch? Das wüsste ich mal gerne Hm Hm Okay Das hat irgendwie nicht so viel gebracht Wie komme ich denn da jetzt hoch? Oh Ich weiß wie Hallo Nein Verdammt Nein Okay Okay Ich hab eine Idee Ich hab eine Idee Aber die muss irgendwie funktionieren Hä Wie soll ich denn hier Auftrieb kriegen? Okay 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 Ich bin hier oben Ja Ich bin hier oben Nein Nein Das ist dein scheiß Ernst Alter Ist das dein scheiß Ernst? Gibt's irgendwas? Nö Okay Hm Ist mir ein bisschen Leben wiederkommen Hä Ich dachte man könnte jetzt mit dem irgendwas machen Hey Hey dein scheiß Ernst Aber wie geht das auf? Wie? Wir kriegen den Rahmen irgendwie nicht dazu uns anzugreifen wegen der Wand Das ist doch dumm Das ist doch dumm So Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit Seelenverbindungseffizienz Mein kleiner Freund ist da unten immer noch nicht Ich hätte aber gern diese Scheißzelle Aber ich weiß nicht wie Das ist doch richtig dumm einfach Okay Dann gehen wir halt erstmal nach unten Ach Jetzt sind wir wieder hier Lol Ja greif ruhig ihn an So What's the deal Hä Ist das dein scheiß Ernst? Ich versuche das jetzt überall Hier geht's oder was? Hm Kann ich erstmal angreifen? Nee Okay ich weiß warum die wieder war Da ist was Da oben ist doch was Hm Okay wir gehen nochmal kurz weg Das finde ich lustig Okay Jetzt gehen wir wieder zurück Das sieht doch so aus Als ob da so ein Vorsprung ist Ja Ja da ist was Nein das will ich doch gar nicht man Nein das will ich nicht Okay 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 Hier 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 Wie Ori da hängt, ist ja geil. Okay, bist du jetzt wieder da? Da ist doch was. Aha. Warte, ist das deren Ernst? Okay, erst mal kurz zwischenspeichern. Ah, verdammt! Ah, jetzt ist er wirklich da drauf gesprungen, oder was? Dieser Vollidiot! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah, verdammt! doch gar nicht da hoch. Aha. Du hast deine Fähigkeit selle gefunden. Okay. Ja, keine Ahnung, ganz ehrlich, wie man das da schaffen soll mit dem da. Habe ich keine Ahnung. Soll ich ganz ehrlich. Das kotzt mich doch an. Okay. Okay, okay, okay. Ja, weiß ich gerade nicht. Beziehungsweise schon. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich spiele hier schon und merke gar nicht, wie die Zeit rennt. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.